Da hinten flackert irgendwas. Ja, das ist meine Fackel, die ich gelegt habe. Nice. Hier waren wir schon. Warte, ich mach hier noch eine... Markierung? Ja. Waren wir hier schon? Wie macht man das nochmal? Ah, hier. Rot. Ja, hier waren wir auch schon. Das war... Wo bist du? Wo bist du? Einfach weitergelaufen. Ich war... Was? Hinter mir war was. Was? Sicher? Ja. Digga, der rennt. Der rennt hinterher. Komm mit. Er rennt uns hinterher, Alter. Ja. Scheiße. Ich hab doch gesagt, da war hinter mir was. Okay? Hier sind wieder die Ranken, glaube ich. Wenn wir links gehen. Er ist weg, er ist weg. Lass weiterlaufen. Scheiße, Mann. Oh nein, du Wichs. Sorry. Fuck, fuck. Ich sag doch, renn doch nicht alleine. Keine Sorge. Der ist vorhin hier langgelaufen. Genau hier ist er nämlich langgelaufen vorhin, Mann. Digga, hörst du die Verzweiflung in meiner Stimme? Ich bin tot. Ich bin tot, Sascha. Ich bin so tot. Scheiße. Alles easy. Was soll ich jetzt machen? Ja, alles easy. Ich bin wieder draußen, Bro. Ja, und ich? Okay, ich bin hier. Wo bist du draußen? Wo bist du draußen? Leon will abgeholt werden. Die Ranken gehen nicht weg. Was? Dieser Bastard. Wer ist bei dir? Ja, ach. Ich glaube, der läuft hier lang. Ich hab, glaube ich, keine Chance. Ich bin am Haupttor. Ich bin am Haupttor. Ja, aber er ist in meinem Gang, oder was? Ich glaube, ja. Ich bin nicht mehr da. Wie, du bist nicht mehr da? Ich bin jetzt bei den Dingern. Bist du das Ziel geändert? Ich leg die schon mal rein, die Steine. Okay. Wie viele hast du jetzt reingelegt? Zwei. Uns fehlen noch drei. Also, wir haben die Hälfte. Hi. Wollen wir mal hier lang? Lass bitte. Lass bitte beim nächsten Mal weiterfahren. Ich möchte das schaffen. Drei Dinger brauchen wir. Komm her. Digga, das dauert ewig. Wir schaffen das. Wenn wir jetzt wieder aufhören müssen, wir alles von vorne machen. Warte, renn nicht immer so schnell weg. Okay. Weil sonst sind wieder die Ranken im Weg. Du hast recht. Sag was. Was? Ich hör was. Ich hör auch viel. Geht's immer wieder hier? Rechts. Renn weg, renn weg. Ist hier eine Sackgasse? Ist hier eine Sackgasse? Nee. Hier kamen wir her, oder? Ja. Wo jetzt? Wo jetzt? Hier lang. Scheiße, Digga. Da ist er. Er rennt. Ich folge dir. Wieso ist der so schnell? Hier wird er doch rechts sein, wahrscheinlich. Aber das geht gar nicht. Doch, wenn er so schnell hier lang ist. Geh doch nicht hier lang. Hier rechts wird er irgendwo sein. Sag mal eine Perspektive. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Sicher? Nee. Guck du da, ich gucke da. Okay. Wo sollen denn sonst noch die restlichen drei sein? Das weiß ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja, ja, ja. Ich bin direkt in dir eigentlich. Was hast du? Ich habe irgendeinen Schrei oder so gehört. Ich habe so, ja. Aber nur ganz wenig. Aber hier geht es nicht lang. Und hier. Auch nicht. Ein Buch. Ein Buch. Ja, wow. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir echt nicht. Ich glaube, hier waren wir doch auch schon und da waren Ranken. Hier waren wir auch schon. Digga, er ist hinter uns. Scheiße. Brennt. Es kommen Ranken. Doch, ich glaube. Wahrscheinlich, wenn einer auf der einen Seite ist, vielleicht werden die nicht getriggert. Hier warst du noch nie. Hier waren wir noch nicht. Ich war hier schon. Ah, okay. Was? Ah, ich höre das Schießen und das Kinderlachen jetzt gerade. Wo du, von dem du erzählt hast. Ist er weg? Ich habe ihn gerade so gehört. Komm, wir gehen hier lang. Ja, aber da. Hier war ich noch nie. Okay. Hier kommen, glaube ich, Ranken. Ja, glaube ich auch. Nein, als Optiker. Ich bin gleichzeitig mit dir. Ja, aber das finde ich blöd. Das ist echt blöd. Das gefällt mir nicht. Das nervt einfach nur. Wollen wir uns aufteilen? Was meinst du? Ja, was sollen wir denn sonst machen? Na, du hast recht. Warten wir, bis die Ranken weg sind. Ich bin jetzt gerade auf dem Spielplatz wieder. Ach so. Wenn du irgendwie... Da ist er! Aber er läuft in eine andere Richtung. Ich laufe auch mal wieder irgendwo lang. Bitte dreh dich nicht um. Bitte dreh dich nicht um. Er schaut sich um. Dreh dich 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 um. Er läuft da rein. Fuck, 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 fuck. Ich heule. Warum denn? Es ist schlimm, das alleine durchzumachen. Das ist ja nochmal schlimmer, Digga. Kein Grund zum Heulen. Wenn du irgendwie wieder auf den Spielplatz kommen könntest, wäre nice. Ich probiere es gerade. Weil da sind noch, glaube ich, Wege, die wir nicht erkundet haben. Ich bin beim Spielplatz, Digga. Da bist du. Warte. Erst neben dir. Erst neben dir. Ich sehe ihn. Geh weg, geh weg, geh weg. Aber er rennt dir nicht hinterher. Er rennt dir nicht hinterher. Er sieht mich nicht. Er sieht dich nicht. Aber er sieht mich auch nicht. Ich bin auf der anderen Seite im Prinzip vom Spielplatz. Gerade dir gegenüber. Bei den... Siehst du mich hier hinten? Ah ja, ich sehe dich. Ähm, aber warte, 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 bevor du zu mir kommst. Ja. Okay, oder komm zu mir. Er läuft gerade die ganze Zeit immer die gleiche Route ab. Immer so rein und dann wieder raus. Rein, wieder raus. Lass mal beobachten, ob er jetzt was anderes macht. Hi. Wenn du hier bist. Hi. Ich gehe lieber hier hin. Okay, ja. Ich sehe ihn von da halt nicht wirklich. Dann lass uns wieder hier hin. Was ist da? Ja. Ich frage mich halt immer noch, ob das nur der eine ist oder ob es wirklich zwei geht. Ich glaube, das sind mehrere. Den Schweine-Typ, den sehe ich ja gar nicht mehr. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Boah, das ist nicht hier raus. Wir sind immer noch hier am Warten. Moin. Na? Wie geht's dir? Hey, Gronkh. Wir warten seit Tagen. Sind sie nicht Gronkh? Mhm. Ich glaube, das geht nicht auf. Doch, genau dann. Perfekt. Oh, fuck. Scheiße, wir sind so tot. Oh, nein, Ranken. Ich bin tot, Sascha. Nein. Glaube. Ich will mich nicht umdrehen. Wieso? Ich hasse die Ranken. Ich hasse die Ranken. Digga, das Vieh hat mir den Weg abgeschnitten. Wie abgeschnitten? Das ist direkt vor mir aufgetaucht. Hey, dann muss es doch mehrere geben, oder? Nee, nee, das ist... Hörst du es? Ich renne gerade weg. Nee. Das rennt mir bis zum... Ich bin jetzt in unserem Haus. Das rennt mir einfach immer noch hinterher. Das ist direkt hinter mir. Ich bin im Haus, Digga. Ich gehe jetzt mal ins Haus rein. Kommt das ins Haus rein? Okay, ich bin jetzt im Haus. Das kommt einfach ins Haus. Hörst du ab. Ich bin tot. Wow. Ja, und jetzt, wenn du im Haus wieder spawnst, einfach gespawntrapped. Ich bin wieder da, und das Vieh ist weg. Ist weg. Ja. Ist einfach despawned. Ich sehe deine Taschenlampe. Moin. Hi. Ja, ich glaube, die... Hörst du es? Hörst du es? Ja. Ja. Scheiße, 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 scheiße. War der da? Ja. Das rennt dir hinterher, Digga. Ist es schneller als wir? Nee. Guck mal. Und dann gehen wir. Und dann gehen wir. Da ist es. Siehst du es? Ja. Ist es aber ein anderes... Ist es nicht ein anderes Vieh? Die anderen sind doch größer. Fuck. Hä? Was machen wir jetzt? Das sind doch verschiedene. Ja, eben. Der eine ist der mit den Köpfen dran, und der andere ist so ein langer, großer Schlagsdigger. Das ist der Schweinemann. Ja. Ein Buch. Ein Buch. Wäre gut, wenn wir so Sackgassen... Ah, das ist eine Sackgasse. Also perfekt. Perfekt. Das heißt, hier müssen wir schon mal nicht langen. Leon. Hm? Das Vieh ist hier hin. Ja. Ich höre es. Aha. Hier waren wir noch nicht. Ja. Tatsächlich. Ein Buch. Komm schon mal. Okay, ja, ja. Wir müssen doch einfach... Aber hier ist nichts, oder? Doch, hier sind weitere Wege. Hier sind viele weitere Wege. Welchen gehen wir als erstes? Warte. Ähm. Fuck. Von wo? Lauf da, lauf da. Achtung. Renn. Es ist bei dir, Digga. Lauf. Sackgasse. Nee. Es läuft nur dir hinterher. Ich warte hier mal, okay? Was soll ich denn machen? Komm zurück. Wie denn? Keine Ahnung. Sackgasse. Was ist... Beobacht dich. Weißt du, wo es ist? Es hat geschrien. Es verfolgt mich, Digga. Jetzt verfolgt es mich. Hä? Ich bin in der Sackgasse. Ich bin in der Sackgasse. Ich bin in der Sackgasse. Ich werde sterben. Ich bin bei was. Ich bin bei was. Ich bin tot. Das ist eine Kassette. Digga, es ist so schwer. Es ist echt verdammt schwer, finde ich. Und was findest du da? Ich habe einen Tisch gefunden mit so einem... Mit Rippen drauf. Die noch ein bisschen Fleisch dran haben. Und eine Taschenlampe, die auf die Rippen leuchtet. Und da war noch ein... So ein Knopf? Nee, da war ein Hörbuch, so gesehen. Oh, okay. Okay, ich bin da, Digga. Oh! Was? Ich weiß nicht mehr. Wo bist du lang gerannt, Mann? Ich bin jetzt da. Was ist? Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Da ist einfach so ein Viech an mir vor... Wo bist du lang gegangen, Leon? Ich bin in der... Bist du an so einem Baumstamm? Ja, genau. Ich bin am Baumstamm. Bist du... Wenn du den Baumstamm links von dir hast... Ja? Also wenn du neben dem Baumstamm stehst und links von dir... Bin ich in die linke hintere Ecke gegangen. Alles klar. Und einfach dem Weg gefolgt. Und warte hier auf diesen Tisch auf... Alter! Das Viech kommt nicht zu mir! Das hängt am Tisch fest. Ich bin auf dem Tisch sicher, aber es ist direkt hier. Es ist direkt vor mir. Bist du links oder rechts lang gerannt? Komm nicht zu mir. Also jetzt doch nicht. Ich hänge hier fest. Wo ist links? Hörst du schreien? Ich bin einfach der Strecke gefolgt, so gut es ging. Da ging es... Aber jetzt gibt es eine Abzweigung. Echt jetzt? Ja. Ich glaube, ich bin so gut es geht nach links gegangen, Emma. Ich höre das Vieh schreien. Ja. Hi. Bist du da? Ja. Siehst du das Vieh? Nee. Wo bist du? Das ist direkt hier in dem Gang. Kann ich auch auf den Tisch springen? Probier es, probier es. Versuch ein bisschen mittiger zu bleiben auf dem Tisch. Ich erkläre dir, was passiert ist gerade, als ich hier stand. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht kaputt. Es ist hier in dem Gang. In dem Gang. In welchem? Wo ich gerade hinschau. Ah, okay. Hier, hier, hier. Ich stand hier. Hi, hi. Plötzlich kommt aus dem Gang so eine Art Zombie-Frau. Okay. Läuft an mir einen Millimeter entlang und läuft... Da, da, guck mal. Genau die. Wir haben also schon einen kleinen Glitch gefunden. Okay, habt die Kassette. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Da kommt wieder die Zombie-Frau. Schiss, dass die halt eine Sequenz... Die läuft hier selber drüber. Hier läuft keiner lang. Wie sieht dieser große aus? Hast du ihn nicht gesehen? Nee, nie richtig. Schrecklich, Alter. Vielleicht kommt er wieder aus der Richtung. Ich dachte gerade... Oh ja, guck mal hier. Was ist das? Ein Tor? Lol. Hier waren wir noch nicht. So viele Zettel, Alter. Missionsziele geändert. Diesen verdammten Ranken ist man nicht... Mit gewöhnlichen Pestiziden nicht her zu werden. Oh ja. Einfach meine eigenen machen. Du kannst... Ah, dann können wir die Ranken kaputt machen. C, B, S, O. Alter, okay. Müssen wir uns das merken, oder was? C reagiert mit grüner und gelber Farbe. Ich muss das durch eine andere Flasche ersetzen. Äh, musste C, H7 von der roten in die blaue verlegen. Brauche die Flasche für eine andere Chemikale. Okay, das heißt, hier haben wir... Chemie. ... wieder ein Rätsel. S, O, in grün. Wackeln und auslaufen, stellen bislang kein Problem. Guck mal da drin. Das ist einfach... Lebt die noch? Das ist einfach irgendeine Leiche. What the fuck, Alter. Alter. Wenn wir jetzt... Was hast du jetzt gerade reingemacht? Blau. Gelb. Bleibt rot übrig, oder? Dann müssen wir rot. Nochmal? Hat es was gebracht? Gute Frage. Ja, das Dings hat sich geändert. Ja. Jetzt haben wir was drin? CI? Und rot. Das heißt, C, B ist rot. Ist gleich rot. Ja. Schreib mir das hier mal auf. C, B ist gleich rot. C, H7 ist blau. Vaporate. Blau. Stimmt das? Ah, warte mal. Wir können uns eigentlich alles merken. Es hat angefangen mit... Gelb. Nee. Nee, rot, glaube ich, oder? Mit, musst du C, H7 von der roten... Nee, mit blau. Ja, blau. Dann sind wir hingegangen zu rot. ... in die blaue verlegen. Brauchte die Flasche für eine... Und dann... Okay, das geht nicht. Das heißt... B, H7. Blau. Rot. So. Und so. Okay, das geht auch nicht. C, H7 nicht gleich rot. Blau. Brauchte die Flasche für eine andere Chemikale. Gelb. Rot haben wir C, B. Ich will mal hier schauen. C, H7 reagiert mit grüner und gelber Farbe. Die Reihenfolge nachgehen, oder? C, I ist also blau. Ja, genau das, was ich mache. Und danach rot. Danach... Warte, ich schaue auf den Zettel. Okay. C, I, C, B ist rot. Genau. S, O, grün. Warte, warte. Also, blau. Blau, rot, grün. Genau so weit bin ich auch schon. Jetzt nochmal rot. Äh, jetzt... Nochmal rot, genau. Genau, weiter bin ich noch nicht. Blau. Geht nicht. Falsch. Geht nicht. C, H7. Weil das ist das einzige, wo ich... Wo ich nicht check. C, H7 und C, I ist es blau. Dann können wir jetzt einfach austesten. Ja, ich würde es dann gerne lösen. So, jetzt haben wir blau genommen. Das war falsch. Ja. Gelb. Gelb war es. Und was kommt danach? Blau verlegen. Was kam danach? Das ist halt die Sache. Blau vielleicht. Blau. C, I ist blau auch. Stimmt, ja. Ja. Und C, B, rot dann. Dann rot. Ja, hat geklappt. Ein hochwirksames Gift. Nice. B. Bist du da wirklich rein? Da ist ein Stein. Jetzt fehlen uns nur noch zwei. Alter, what the fuck ist das, Digga? Alter, der hat einfach eine Kerze in seinem Bauch. Wir können jetzt hier weiter. Ich kann die Ranken kaputt machen. Aber. Wollen wir aufhören? Ich würde sagen, das war es erstmal, oder? Digga, wir haben nicht mehr als genug geschafft. Die Sache ist halt, es ist halt blöd, dass es nicht speichert, glaube ich, oder? Das ist auch blöd, ja. Fuck. Er hat irgendwas geschrien. Ah! Sascha? Sascha? Ja? Hörst du mich noch? Ich hör dich. Hast du das Viech auch grad gesehen? Ja. Okay. Ich würde sagen, wir hören auf, oder? Ja, Mann. Aber jetzt müssen wir, da hinten geht's weiter. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gebt uns Bescheid, ob ihr noch mehr von Labyrinthine sehen wollt. Ob wir es alles nochmal machen müssen. Oder ob es auch eine Möglichkeit gibt zu speichern. Schreibt es auch mal in die Kommentare. Wäre nice zu wissen. Okay. Tschö! Ja. Tschö. Einfach Verbindungen drin. Oh, Alter, diese... Wie ist das? Nein. Dattern.